Zeitgeist ist neben Weltreise, das ist auch eine Gemeinsamkeit, die die beiden gleich haben. Ähm, möchten wir jetzt ein Stück spielen, was so eigentlich noch nie live aufgeführt wurde? Das sind so viele Stücke, die live wahrscheinlich auch so geil wären. Das ist von einem etwas älteren Album von mir. Das ist so schade, das ist so viel Potenzial, was live verschenkt wird. Das ist mal etwas, wo ich vom Sitz aufspringen würde und sage, boah, geil! Na, belemme du! Tja, wer sagt's denn? Es geht also doch.